Der Plan war einfach. Ich glaube, ich muss kotzen. Für 500 Dollar zeige ich euch, wie es gemacht wird. Was konnte da schon schief gehen? Ich denke mal, die Zunge ist ab. Machen wir weiter. Achtung, Mann mit Baby. Achtung, Baby-Tippie, aufgepasst. Sam Rockwell. I'm so pretty. Patricia Clarkson. Isaiah Washington. Jennifer Esposito. Willst du dich jetzt mit mir treffen oder nicht? Louis Guzman. Und George Clooney. Wieso siehst du aus wie ein Rabbi? Du bist ein Idiot. In einer Geschichte über ein wunderschönes Verbrechen. Hast du mal Freude? Safecrackers. Oder Diebe haben es schwer. Dieser Bellini, der entpuppt sich langsam als ein totaler Kaputschnick. Pass auf, was du sagst.